Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ich bin ein Mensch. Oh, das ist gar nicht gut. Dürfte ich Sie über die Todeswolke um Ihre Meinung als Durchschnittspirat bedienen? Die Todeswolke? Das waren Lechaks Pocken. Wer war das jetzt? Was ist denn mit deiner Hand passiert? Sie schlägt auf andere Menschen ein, gestikuliert wild und zügellos und macht einfach Dinge, die ich niemals tun würde, um Lechaks Pocken aus der Welt zu schaffen. Musst du Leichponja Grandauf? Das wird ein Kinderspiel. Eine Kleinigkeit. Eine Kleinigkeit. Au! Der Marquis de Sinsch will diese eine Hand von dir. Also werde ich dich zu ihm bringen. Sehen Sie? So sind die Pocken. Sie verwandeln Menschen in was auch immer das war und sind kurz davor, die gesamte Karibik zu befallen. Das tut mir ja so leid für dich, Guybrush. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das alles nur meine Schuld ist. Großartig. Wir lassen Vergangenheit Vergangenheit sein und arbeiten zusammen. Benutze? Hm. Benutze was? Plauending? Ja. Dich selbst? In etwa so? Das ist perfekt. Jetzt halte diese Pose, während ich meine Kamera hole. Plünderhäschen! Ich plündere euren Harten! Weniger Plünder, mehr Häschen, bitte. Ja. R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R Vielen Dank.